Am Sonntag sind die Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Ich möchte Sie bitten, wählen zu gehen. Ich unterstütze Albrecht Schütte, weil er sich in den letzten Jahren ganz hervorragend und gezielt für Schönau und das Steinerchtal eingesetzt hat. Fördermittel beschafft hat zum Beispiel für die Grundschule in Altneudorf. Fördermittel beschafft hat, zum Beispiel für den Breitbandausbau in Heiligkreuzsteiner. Er hat sich eingesetzt für die L530. Wir brauchen Albrecht Schütte, weil er zuverlässig und bürgernahe ist. Wir brauchen Albrecht Schütte, weil er den ländlichen Raum vertritt und wir brauchen ihn, dass Schönau und das Steinerchtal eine Stimme in Stuttgart hat. Deshalb geben Sie Ihre Stimme Albrecht Schütte, damit wir in Schönau und im Steinerchtal eine Stimme in Stuttgart haben. Gehen Sie wählen am kommenden Sonntag.